ja hallo und herzlich willkommen zurück zu ls 19 meine lieben ja da wollen wir gleich mal loslegen es hat sich viel getan ich gucke als in die kamera aber diesen moment noch nicht an ich mache es gleich an so meine lieben hier gibt es ein helferlein der soll mal hier schön das feld beackern und wir werden dieses feld jetzt erstmal fertig grubbern das ist so genial was ich in der ersten voll war das die erste folge wo ich aus versehen die helferlein angestellt haben habe ich als wir jetzt die in der letzten folge sind wir sagt gut holen gefahren wo ich auch blöd war wie drei trieber dreck da hätte ich gleich mit dem träger hinfahren könnte der saatmaschine und hätten wir da vollladen lassen können naja für die zukunft weiß ich so das hättet ihr mal sehen sollen eben ich habe da nicht geschaltet muss ganz ehrlich sagen als der mit dem mädrager hier dieses feld abgeerntet hat und hier über diese küppel hingedonnert ist ich habe gedacht der mädrager fällt jeden moment um aber das war dann gott sei dank doch nicht so so eine will ich das hier mal fertig grubbern das ist richtig richtig geil ich mache hier das hier ich fahre hinterher und er macht oben das feldlärm ist das genial ich finde das total mega cool so mal schauen was er da macht das mal an hier kann man nicht fahren nicht bescheid ihr könnt euch vorstellen wie das ausgesehen hat als der mit dem mädrager hier drüber geheizt ist ja ich stehe hier nicht im weg alles gut wunderbar so warte ich einen kleinen moment bis er da weg ist wunderbar so oder da bin ich ich habe gerade was für erwachsene gemacht und deswegen haben die kamera ausgabe und ab dafür ganz ehrlich da scheiße ich auch auf die paar dollars die der helfer hier kostet bin ich ganz ehrlich wenn es hier tatsächlich jetzt mal ein bisschen ruck und mal ein bisschen vorwärts geht hier mit mit der feldarbeit eigentlich müsste ich noch im dritten und noch im zweiten helfer einstellen der unten gleich das feld wieder einseht könnte ich eigentlich machen mache ich auch kleinen moment dass man die bahn gefahren und dann ja so machen es faule leute obwohl hat ja nichts mit faulheit zu tun ja vielleicht mal ein bisschen so bleibt mal stehen jetzt mal gucken wer steht da unten er ist mir völlig egal ganz ehrlich ist mir völlig egal so jetzt müssen wir mal gucken da soja boden will ich nicht schon wieder ich würde sagen wir machen die erste so völlig egal so dann geh du mal dann kann ich auf meinen grubber zurück und wisst ihr was ich noch gemacht habe naja ich habe ja in der letzten folge noch mal erzählt hier von wegen diesen 8000 kilo oder 8 tonnen weiß der geier weizen den wir da oben hingebracht haben als ich zurück kam von von den dem großen zentrums speicherdings kirchen da musste ich ja dann noch mal dran vorbei und da habe ich gesehen dass die noch mal eine zweite gleich daneben neben der wo man das zeug reinkippt und draußen daneben ist noch so eine so ein silo gewesen da bin ich drunter gefahren und da habe ich meinen weizen wieder gekriegt und dann habe ich mit nach hause genommen und habe ihn gleich bei uns wieder in silo geschmissen also war doch nicht verloren gott sei dank und jetzt guckt euch das an ist das geil oder ist das geil da wird eingesägt da wird getroschen hier wird gegrubbert alter ist das geil hätten wir das nicht schon viel früher haben können machen wir das licht wieder aus machst du das licht wieder aus aus was hat der auch fernlicht vorne hinten leck mich am arsch wisst ihr das wusste ich auch nicht ich habe immer nur einmal drauf gedrückt und habe dann so eine funzel gehabt und ich habe ja auch bei nacht habe ich ja auch felder wirtschaftet ja und rückwärts fahren habe ich nie was gesehen weil es immer so dunkel war ja wir werden noch groß agrarier das sah ich euch so guck mal ohne alter schwede ich fasse es einfach nicht da werde ich jetzt gerade nicht fertig drüber ne das hätten wir schon so viel früher haben können oh ne 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 aber egal wir machen das jetzt so wir machen das jetzt immer so buoy langsam propag Orientierung so wie es hier drüben mit dem soja bohnen aus sieht die wir da gepflanzt haben ne Da weiß ich nicht, ob wir da auch diesen Mähdrescher für nehmen können. Oh, das weiß ich nicht. Weil es gibt ja für verschiedene Sachen, gibt es ja verschiedene Geräte. Ich habe keinen Plan. Aber das werden wir sehen. So. Seht ihr das, was er da hinten raussprüht? Ich habe nämlich die Strohablage, wie gesagt, abgestellt. Und das brauchen wir im Moment nicht. Boah, so geil. So geil. Boah, so genial. Ich freue mich gerade ein zweites Loch im Arsch. So, ruck. So, ruck. Ja, auch im Wendekreis wie ein Bagger. So, und der ist auch gleich fertig. Dann muss ich dann mal wechseln. Und muss den leer machen. Und dann werden wir gucken, wegen den Sojabohnen. Ich weiß nicht, ob die schon reif sind. Dann werden wir den gleich auf das Feld setzen. Und dann kann er das Feld fertig machen. Dann wird es schneller, wie es Katzen machen hier. Ja, sehr geil. Ja, und das, was wir an Löhnen ausgeben, das kriegen wir mit der Ernte immer doppelt, dreifach, vierfach und zehnfach rein. Also so einfach ist das. Die sind ja dann nicht so teuer, dass man das nicht mehr bezahlen könnte oder so. So, der ist jetzt gleich fertig. Was macht er denn? Fährt rückwärts. Gut, wenn er das meint. Da hänge ich mich nicht rein. Der wird schon richtig machen. Und ich weiß noch, als ich noch mit meinem Sohn, also damals mit meinem Sohn zusammengespielt habe, der hat das ja mit Herzblut gespielt. Das macht er ja heute noch. Der liebt dieses Spiel ohne Ende. Der hat auch richtige Fahrtrouten erstellt für die Helfer. Dass die dann halt eben, guck doch mal, wie der da hängt. Dass die halt eben auch selbstständig wegfuhren zum Abladen, zum Verkaufen. Ach, was weiß ich denn, was die alle gemacht haben. Ja, das ist sehr schön. Komm, da bin ich gerade mal. Auch mal gucken hier. Stopp. So, muss ich den jetzt erstmal leer machen. 69 Prozent, ja. Siehst du, das hat er eingestellt, ne? Dass, ähm, zum Beispiel so ein Helfer jetzt hier halt eben auch den Mähdrescher leer machen würde, ne? Aber das weiß ich nicht, wie das geht. Da müsste ich mich auch erst belesen. Und hast du nicht gesehen? Und tralala. So. Oh, raus, steu. Stehen. Ausladen. Wunderbar. Sondern da bin ich jetzt mal gespannt, ne? Wenn ich den da jetzt, ob die Sojabohnen loslasse, ob der die erntet. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ob man mit diesem Trecher das machen kann. Oder vielleicht mit dem Trecher, aber vielleicht mit einem vorne, mit einem anderen Schneider. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. So. Ich nehme an, der Saathaini ist auch fertig. Jawohl, genau. Sehr geil. Genau das meinte ich. Genau das meinte ich. So ist der auch da rumgeeiert. So, jetzt will ich mal gucken. Ähm. Helfereinstein Strohablage ist noch ausgeschaltet. Siehst du, genau das ist, was ich meine, ne? Nee. Damit können wir keine Sojabohnen ernten. Das geht nicht. Ähm. Und das ist natürlich... Doof. Gelle? Ich weiß nicht. Da müsste ich mich echt schlau machen, was wir da, äh... für einen... Dings brauchen. Für einen Mähdrescher brauchen. Ich weiß es nicht. Wie viele sind da Sehmaschine noch drin? 96... Nur noch 96 Prozent. Hä, wie geht das denn? So, dann... Soll der jetzt einfach hier... Das wieder... Ja, einsehen, ne? Machen wir mal einen Hafer. Selberlein. Und... Tschüss. Und ich muss halt eben hier noch weiter kruppern. Dann habe ich echt mal gucken... Was wir da für ein Mähwerk brauchen. Oder generell für einen Trecher. Ich weiß es nicht. Und womöglich... Um das Zeug vom Feld zu kriegen... Müssen wir womöglich dann tatsächlich noch einen Kredit aufnehmen. Um die richtigen Gerätschaften zu kaufen. Aber das weiß ich nicht. Das wäre natürlich blöd, ne? Weil ich... Wie gesagt... Ich wollte eigentlich gänzlich ohne Kredite arbeiten. Weil... Das geht. Ne? Man... Man kann das tatsächlich, ne? Das dauert zwar halt eben ein bisschen länger, bis man sich was leisten kann. Aber... Ne? Mit unserer Hände Arbeit. Alles alleine gemacht. Was? 425 Euro Lohnzahlung für wen denn? Das ist ja doof jetzt. Aber ich habe es mir schon fast gedacht, als ich... Äh... Ja... Als ich, äh... Ähm... Die Sojabohnen gesät habe. Oder es habe sehen lassen. Das ärgert mich so da. Guckt euch doch diese Scheiße mal an mit diesem Land hier. Was ich mir dabei gedacht habe. Ich habe dann noch versucht, ne? Äh... Zu retten, was zu retten ist. Und habe ihn mit dem Retten nur noch alles schlimmer gemacht. Echt? Ach, das ist einfach nur... Kötzen eher nicht. Vor allen Dingen, als ich mir das Feld da im Arsch gemacht habe. Das könnte, ne? Das Zünglein an der Waage sein, wenn es irgendwie drum geht. Ähm... Ja, um was zu kaufen. Und da fehlen uns 1,50 Euro. So. Fertig gekröbert. Dass diese Geräte da auf diesem Untergrund fahren überhaupt. Das ist... Mir guckt euch das mal an. Ja, nein, 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 nein. Ja, meine Lieben. Dann müssen wir einmal zum Markt. Also zum Shop. Ich weiß nicht, wonach wir da gucken müssen. Aber wir müssen gucken. Sind das Zusatzgeräte, Werkzeuge, Maispflücker, Rübentechnik? Kreiseleinwerke, Säcke, Feldhäcksler, Zuckerrohrtechnik, Gruppe, Tiefenlockerer, Pflanzenschutz, Güllefässer, Schneidwerke, alter Schwede. Und dann können wir das Ganze wiederholen. ich weiß nicht was da drauf kommt ich weiß es wirklich keine rübe das ist ja dieser krautschläge wenn denn das kraut bevor die zuckerrüben geerntet werden diese oder krieg die zuckerrüben aus wird von trechern benötigt für rüben für rüben weiß pflücker für mais und sonnenblumen für mais und sonnenblumen für mais und sonnenblumen für mais und sonnenblumen das auch nicht rübentechnik flüge kreiselecken einzelkorn sät technik er soja wohnen werden ja wundet gras 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 nicht mit mehr technik vom feld geholt mit erntemaschinen können die angegebenen fruchtarten geerntet werden mais das ist was wenn ich ja diese blöden zeichen soja wohnen soja wohnen soja wohnen ja das könnte jetzt ein bisschen dauern es tut mir echt leid aber ja wir brauchen so ein teil hier so ein feld häcksler und ich nehme an das kommt an den träger dran und dann muss man gleich mit dem hänger hinten dran dass man anzunehmenderweise ich weiß es nicht soja wohnen hier ist das schildchen dann würde ich sagen wir haben 27 wir müssen 10.000 15.000 müssen wir aufnehmen wir wollen das herunter kriegen und dann ist noch die frage ja 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 3 wie wird das verladen ich habe keinen plan so wo waren wir jetzt hier gibt nichts billigeres kosten alle 38.000 dann ist noch die frage wo wird das drangehangen fr 780 da ist die frage haben wir sowas überhaupt was ist ein fr 780 weil dieses puzzle zeigt zeigt uns wo wir wieder mit was das zusammenpasst mach ich nicht mach ich nicht mach ich nicht mach ich nicht bin ich ganz ehrlich mache ich nicht weil ich nicht weiß und wir haben jetzt schon so viele fehlkäufe gehabt und ich mag da nicht wirklich unbedingt wieder unnötig geld ausgeben und dann womöglich wieder in die scheiße greifen dann würde ich sagen wir haben wir da drüben auch noch das große feld was ist denn mit dem ist das gegrubbert ich habe keinen plan oder ist da was da ist was drauf ach klar ist da was drauf das ist eingeseht mit was auch jetzt auch janet mit soja bohnen weil das ist ja ganz grün ne mit hafer gott sei dank das habe ich noch fertig eingeseht als wir die letzte folge beendet haben aber der ist noch im wachstum gut dann würde ich sagen ja lade ich mir den kipper voll und der ist fertig und bringe noch was weg vielleicht unseren weizen den wir den ich uns wieder geholt habe dann muss ich nochmal gucken wo der hin muss oder wo der hin kann sagen wir mal so weil sind ja immer unterschiedliche preise soll ich gucken mal wartet mal weizen 615 im hafenspeicher 803 im getreidespeicher ja da fahren wir doch in den getreidespeicher das ist da wo wir jedes mal hinfahren huch steht so rum dann werden wir den jetzt so anhängen so und dann werden wir die befüllung starten und dann werden wir zwar guck mal das sind sogar zwei pfuren jeweils 8000 ne das sind 16.000 haben wir zwei pfuren können wir da weg bringen ja dann eier ich wieder in den getreidespeicher so einfach ist das weg damit man auch was sieht doch meine lieben gelle außer dass wir jetzt nochmal da hochfahren und das zeug wegbringen passiert jetzt nicht wirklich viel mehr ne ihr könnt gerne dabei bleiben ne wir haben noch zwei minuten oder wenn ihr keinen bock mehr habt ne dann könnt ihr auch abschalten wenn ihr das möchtet aber ich muss jetzt noch das wegbringen ähm und ich mach mich dann auch mal schlau was was ich für soja bohnen brauch ja was ich da überhaupt für gerätschaften brauch sage ich jetzt mal um äh die zu ernten und es nützt ja nichts wenn ich nur so ein so ein ding hab was ich irgendwo vorspannen kann wenn ich das dahinter nicht habe und deswegen also das ist mir echt das sind das waren eben was 38.000 ne leute das ist mir einfach zu dangerous zu dangerous so einfach ist das jo ihr lieben das war es von mir dem waltigen groß agrarier ich hoffe es hat euch spaß gemacht ich danke euch fürs zuschauen wenn es euch denn gefallen hat dann lasst mir doch ein like da lasst mir ein kommenter oder vielleicht auch ein abo bis zur nächsten Ernte tschuuu Bis zum nächsten Mal.